Herzlich Willkommen zum XXL Helden Podcast, dem Podcast für Menschen über 100 Kilo, die abnehmen wollen, ohne dabei zu hungern, sich durch Diäten zu quälen oder stundenlang in der Küche zu stehen. Ich bin Tim, ich habe mein Gewicht von 140 auf 70 Kilo halbiert und hier findest du echte Erfahrungsberichte und Tipps und Tricks aus der Praxis, die dir dabei helfen, deinen Wunschgewicht zu erreichen und auf Dauer zu halten. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode vom XXL Helden Podcast. Heute mit dem dritten Teil in dieser kleinen Bodybuilder Serie und wir schauen uns heute mal die vier einfachen Regeln des Mealpreppings an. Mealprepping ist, falls das jemand nicht weiß, Mahlzeiten vorbereiten. Heute erfährst du also, wie du einfach und schnell dein Essen vorbereiten kannst, indem du diese vier Regeln befolgst. Und ich verspreche dir, wenn du die befolgst, dann wirst du wesentlich weniger häufig zwischendurch snacken. Du wirst weniger Kalorien dadurch aufnehmen, die dich natürlich besser an deine Diät halten können. Du wirst dir Kalorien einsparen und auch ganz viel Zeit. Mahlzeiten vorbereiten hat meiner Meinung nach nur Vorteile. Nur Vorteile. Deshalb sollte das wirklich jeder machen oder zumindestens mal testen. Da will ich nämlich auch direkt mal mit einem Vorwand aufräumen, den ich ganz häufig höre. Und der lautet, ich habe keine Zeit, mir so viel Essen vorzubereiten. Und dieser Einwand macht so keinen Sinn. Denn keine Zeit zum Vorkochen, das ist ein Trugschluss, denn man kocht ja viel seltener. Man kocht lediglich größere Mengen. Mahlzeiten vorbereiten kostet nicht mehr Zeit, sondern man spart sie ein. Hier vielleicht mal so eine kleine Analogie, ein kleines Beispiel. Der eine oder andere wird sich vielleicht an deine eigene erste Wohnung ohne Spülmaschine zurückerinnern. Wenn man dann Teller benutzt, um zu essen, dann eigentlich weiß man ja, dass man sich viel Arbeit sparen würde, wenn man den jetzt sofort abspülen würde. Wenn man das jetzt sofort nach dem Essen macht, dann weiß man, der Schmutz geht ganz leicht ab. Das ist schnell gemacht. Das dauert keine zehn Sekunden und fertig. Aber häufig, also vielleicht wart ihr auch besser vorbereitet als ich, aber bei mir war das ehrlich gesagt so, ich habe es trotzdem nicht gemacht und habe natürlich den dreckigen Teller neben die Spüle, ich hatte ja keine Spülmaschine, neben die Spüle gestellt und das auch Tag für Tag. Und irgendwann hat sich dann natürlich ein Berg an Schüsseln und Besteck aufgetürmt. Und dann ärgert man sich später, wenn man dann wirklich mal spülen muss, weil man kein sauberes Geschirr mehr hat. Ich denke, so in der Studentenzeit waren das vielleicht auch bei dem einen oder anderen Mal der Fall. Dann ärgert man sich, dass man den Teller nicht sofort abgewaschen hat. Und so ähnlich ist das auch beim Meal Prep, also beim Mahlzeitenvorbereiten. Ich glaube, die meisten wissen eigentlich, dass wir das machen sollten und es hat auch wirklich nur Vorteile, aber irgendwie machen wir es doch nicht. Und später, wenn man dann snackt, weil man nichts vorbereitet hat, dann bereut man es doch. Deshalb sage ich, genauso wie wir eigentlich wissen, dass wir den Teller sofort abspülen sollten, das mit den Mahlzeitenvorbereiten einfach mal machen. Einfach mal zwei bis drei Wochen lang durchziehen und du wirst sehen, wie positiv das ist, wie gut das ist und wie nützlich das ist, wenn man einfach immer zum Kühlschrank gehen kann und dann seine Mahlzeit rausholen kann, in die Mikrowelle tun kann und essen kann und dann nicht noch dann kochen muss, wenn man gerade gestresst von der Arbeit nach Hause kommt. Also, was sind die vier einfachen Regeln des Meal Preppings? Erstens, habe einen Plan. Planung ist das halbe Leben, davon bin ich auch fest überzeugt und deshalb sage ich, bereite deine Mahlzeiten nicht irgendwann zufällig mal vor, wenn du gerade irgendwie Zeit hast, sondern nimm dir einen genauen Tag, wo du sagst, okay, zu diesen Tagen oder an diesem Tag koche ich vor. Das sollten idealerweise auch immer dieselben Tage sein. Bei mir waren das früher Mittwoch und Sonntag. An diesen beiden Tagen habe ich gekocht und deshalb war es auch für mich immer sehr einfach, mich daran zu halten, weil ich wusste, okay, es ist Mittwoch, ich muss wieder vorkochen. Ich habe mir davor auch immer am Tag zuvor die Mahlzeiten, die Lebensmittel schon so zurechtgelegt, dass ich am Tag des Meal Preppings nicht viel zu tun hatte. Ich habe mir das tiefgefrorene Fleisch meistens schon in den Kühlschrank gelegt, sodass es am nächsten Tag auch schonend aufgetaut ist. Ich habe mir das Gemüse schon mal rausgelegt, ich habe es schon klein geschnitten und so weiter, sodass ich am Tag des Mahlzeitenvorbereitens selber nicht mehr viel zu tun hatte. Also Nummer eins, habe einen Plan. Regel Nummer zwei, verwende einfache Rezepte. Hier gibt es zwei Varianten, die ich empfehlen würde und die ich auch so bevorzuge. Variante eins ist, diese klassischen Diät-Mahlzeiten vorzukochen. Das heißt, du nimmst dir drei bis vier Zutaten, idealerweise eine fettarme Proteinquelle, eine Kohlenhydratquelle und Gemüse. Das mache ich auch bis heute noch so. Das ist auch so das Einfachste, was man machen kann. Es ist wirklich ziemlich einfach. Du nimmst dir zwei Töpfe. Im einen Topf machst du die Kohlenhydratquelle, in dem anderen dünstest du das Gemüse und in der Pfanne brätst du das Huhn oder was auch immer du als Proteinquelle zu dir nimmst. Das ist deshalb so einfach, weil sich das eben so gut für das Mahlzeitenvorbereiten eignet. Du nimmst einfach größere Töpfe, du nimmst eine größere Pfanne und tust dann einfach die drei bis vierfache Menge da rein und kochst quasi eigentlich genauso wie davor jeden Tag, nur halt größere Mengen. Variante Nummer zwei ist ein Riesentopf. Ich würde das wirklich gerne machen, dieses Wokkochen, also wirklich kochen mit so einem Wok. Ein Riesentopf und da einfach dann alles einfach so reinschmeißen und dann quasi eine große Portion kochen, die halt vier Portionen entspricht. Dadurch hat man natürlich noch weniger Spülarbeit und es ist wirklich sehr angenehm, weil es einfach, weil es wirklich extrem einfach ist, alles in einen Topf und da kann man auch, hat man auch ein bisschen mehr Vielfalt. Da kann man natürlich Nudeln mit Reis austauschen, man kann das Gemüse austauschen, man kann sehr viel mehr Gemüse da rein tun, man kann die Proteinquelle austauschen und, und, und. Ich würde sagen, hätte ich einen gigantischen Wok, dann würde ich das auch machen. Vielleicht schaffe ich mir auch mal einen an. Man kann das auch mit einer Auflaufform zum Beispiel machen. Das wäre auch denkbar, dass man sagt, okay, vielleicht koche ich jetzt einen fettarm Kartoffelgratin vor mit Gemüse und so weiter und mache davon jetzt einfach die vierfache Portion. Wenn man eine Auflaufform hat, die solche großen Portionen auch beherbergen kann, dann kann man das natürlich auch damit machen. Ganz wichtig ist aber, dass man wirklich einfache Rezepte benutzt, dass man nicht versucht, zu komplizierte Rezepte benutzt mit sehr vielen Zutaten oder dass man parallel irgendwie da Reis, Huhn und Brokkoli und dann hier unten die Kartoffeln mit dem Rind und was weiß ich nicht alles, sondern wirklich ganz einfach, nicht zu kompliziert. Das Mahlzeiten vorbereiten soll Zeit sparen. Je weniger Zutaten man hat, die gekocht werden müssen, desto besser ist es eigentlich. Deshalb beschränke ich mich in der Regel auf eine Proteinquelle, eine Kohlenhydratquelle und Gemüse. Regel Nummer 3. Halte dich an deine Vorgaben. Wie ich gerade schon sagte, beim Vorkochen idealerweise ein Gericht vorkochen. Bei mir ist das der Einfachheit halber Reis, Huhn und Brokkoli. Ich rechne mir dann vorher aus, wie viele Kalorien ich an einem Tag essen darf. Die Kalorienmenge, die ich einhalten muss. Und dann multipliziere ich das einfach mit 4 und teile das auf die Lebensmittel auf. Bei mir ist das mal 4, weil ich in der Regel für 4 Tage vorkoche. Beispiel. Ich esse am Tag 60 Gramm Reis, 150 Gramm Huhn, 250 Gramm Brokkoli. Sagen wir, das ist eine Mahlzeit, die ich am Tag esse. Was ich dann kochen würde, ist nicht 60 Gramm Reis, sondern 240 Gramm. Ich würde nicht 150 Gramm Huhn kochen, beziehungsweise braten, sondern 600 Gramm. Und ich würde nicht 250 Gramm Brokkoli dünsen, sondern 1 Kilo direkt. Und das wiege ich auch wirklich ab. Und da macht das Abwiegen auch wirklich sehr viel Sinn, sage ich. Denn wenn man vorkocht, muss man das ja nur ein bis zwei Mal die Woche machen. Und dann, wie gesagt, nicht jeden Tag. Und dann kann man das auch ruhig mal machen. Und kleine Anmerkung, das sollte man dann im Rohtzustand abwiegen. Nicht nachher, wenn der Reis schon das Wasser gezogen hat oder wenn das Wasser aus dem Hühnchenfleisch ausgetreten ist. Ja, also immer im Rohtzustand die Lebensmittel abwiegen. Und wenn du das, die Mahlzeiten dann auf deine Tupperdosen verteilst, dann kann das auch ruhig nach Augenmerk sein. Das heißt, du musst dann nicht nachher nochmal die Lebensmittel abwiegen, sondern guck einfach so, dass ungefähr vier gleiche Portionen rauskommen. Das muss nicht hundertprozentig gleich sein. Es kann sein, dass du dann in der einen Dose 50 Gramm Reis hast, in der anderen 70 Gramm. Aber das ist kein Problem, denn das unterscheidet den Sättigungsgrad, also das beeinflusst, den Sättigungsgrad eigentlich kaum. Und es ist ja auch egal, denn am Ende der vier Tage hast du die gleiche Anzahl an Kalorien aufgenommen. Es ist also egal, ob das jeden Tag 60 Gramm sind oder einmal 50 und einmal 70. Das macht keinen Unterschied. Denn Regel Nummer vier, kaufe dir geeignete Tupperdosen. Ich habe in einer Episode, ich glaube vor zwei Episoden habe ich gesagt, dass Bodybuilder vermutlich was Tupperdosen angeht und Tupperware jede Hausfrau überbieten. Da ist wahrscheinlich der Schrank voll von allen möglichen Tupperdosen. Das hat aber auch einen guten Grund, denn wenn man das Essen in diesen Tupperdosen luftdicht verschließt, dann hält sich das auch ganz locker für eine Woche. Ja, das habe ich auch früher wirklich so gemacht. Für eine Woche vorgekocht und auch an Tag sieben hat das Essen immer noch frisch geschmeckt. Also da bitte keine Bedenken haben und das muss man natürlich auch nicht für sieben Tage vorkochen. Es reicht auch schon für drei, vier oder fünf Tage. Ich mache das heute mit den sieben Tagen nicht mehr aus Platzgründen im Kühlschrank, wenn ich ehrlich bin. Dann braucht man auch richtige Tupperdosen, wirklich gute Tupperdosen, damit die nicht auslaufen. Das hatte ich früher leider das Problem, als ich, das ist schon länger her, als ich damals zur Uni gegangen bin und das in meinen Rucksack getan habe, dann sind die teilweise wirklich ausgelaufen, weil das keine guten Tupperdosen waren. Und das ist natürlich extrem ärgerlich. Die sollten auch Spülmaschinen und Mikrowellen fest sein, einfach damit man die Tupperdosen aus dem Schrank nehmen, aus dem Kühlschrank nehmen kann, in die Mikrowelle legen kann und dann einfach das Essen ja warm macht und essen kann. Das ist nämlich ein ganz großer Vorteil für Leute, die abends häufig gestresst von der Arbeit nach Hause kommen. Sind wir ganz ehrlich, viele von uns, und das ist auch nachvollziehbar, das ist menschlich, dass man dann keine Lust mehr hat, noch frisch zu kochen. Für diese Situation ist das nämlich so wichtig, dass man dann etwas im Kühlschrank hat, dass man einfach rausnehmen kann und so in die Mikrowelle tun kann. Deshalb sollten die Tupperdosen auch Mikrowellen und natürlich auch Spülmaschinen fest sein. Also da bitte nicht sparen, aber die kosten auch überhaupt gar nicht viel. Eine Tupperdose, vielleicht so die, die ich benutze, was sind das? Ich meine 4, 5, 6 Euro habe ich dafür bezahlt. Davon habe ich, glaube ich, gerade 6 Stück. Also das sind zwischen 20 und 30 Euro für eine Menge Tupperdosen, womit man wunderbar auskommt. Dazu habe ich euch eine Empfehlung in den Shownotes auch verlinkt. Könnt ihr euch einfach anschauen, indem ihr auf www.xxl-helden.de-25 geht. 25 für die 25. Episode. Das funktioniert übrigens auch bei allen anderen Episoden. Ja, ihr könnt da oben die Nummer bei der Webseite austauschen und dann kommt ihr zu den Shownotes, zu allen relevanten Links der anderen Episoden. Also, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Die 4 Regeln des Mealpreps. Regel Nummer 1, hab einen Plan. Koch am besten immer dasselbe an denselben Tagen vor. Regel Nummer 2, verwende einfache Rezepte. Keine aufwendigen, groß komplizierten Rezepte. Ganz einfache Dinge. 3 bis 4 Zutaten eignen sich hier perfekt. Drittens, halte dich an deine Vorgaben. Das heißt, wieg am besten vorher einmal ab, was du alles essen darfst und dann vervierfachst du die Menge oder je nachdem, für wie viele Tage du vorkochst und verteilst das dann auf die Tupperdosen. Und Regel Nummer 4, kaufe dir geeignete Tupperdosen, damit die nicht irgendwo auslaufen und damit du die auch einfach in die Spülmaschine, auch in die Mikrowelle tun kannst. Ja, Fazit. Man denkt vielleicht auf Anhieb, dass Mahlzeitenvorbereiten viel Zeit in Anspruch nimmt und dass das furchtbar schwierig ist, aber es ist eigentlich ein Trugschluss. Es spart sehr viel Zeit. Ich sage das immer wieder. Ich habe früher ohnehin jeden Tag diese Mahlzeiten frisch gekocht. Ich koche heute genau so und benutze einfach nur größere Töpfe und größere Mengen. Ich koche heute vielleicht, wenn ich damals 30 Minuten pro Tag gebraucht habe, koche ich heute einmal beziehungsweise zweimal in der Woche für 40 Minuten. Die 10 Minuten extra ergeben sich durch das Portionieren in die Tupperdosen und so weiter. Es ist wirklich eins der einfachsten Dinge, die man machen kann, um gesünder abzunehmen. Ihr habt dadurch immer Alternativen parat. Ihr müsst dann in der Arbeitspause nicht irgendwie schnell in den Supermarkt oder an den Automaten rennen, weil ihr nichts dabei habt. Wenn ihr etwas vorbereitet, könnt ihr das einfach mitnehmen und stellt dadurch sicher, dass ihr euch an euren Plan halten könnt. Das garantiert in gewisser Weise auch den Erfolg. Das waren also die Regeln zum Mealprepping, zum Mahlzeitenvorbereiten. Das lege ich wirklich jedem ans Herz. Versucht es mal. Nur zwei, drei Wochen. Ich bin mir sicher, ihr werdet begeistert sein und es wird euch so, so, so weiterhelfen. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt und wenn dir die gefallen hat, unbedingt den Podcast abonnieren, eine Bewertung dalassen. Sag mir deine ehrliche Meinung. Was hältst du von diesem Podcast? Hast du Themenvorschläge? Hast du Fragen? Schreib das ruhig mit in die Bewertung und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ciao. Hättest du gern jemanden an deiner Seite, der dich beim Abnehmen unterstützt, dir jede Frage beantwortet und dir mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn sich dein innerer Schweinehund wieder meldet? Aktuell biete ich kostenlose Telefongespräche an, indem wir beide zusammen eine individuelle Abnehmstrategie für dich entwickeln. Nur wenn du und ich dann der Meinung sind, dass ich dir weiterhelfen kann, können wir zusammen an deinen Zielen arbeiten. Wenn das interessant für dich klingt, dann gehe jetzt auf www.xxl-helden.de-telefonat. Dort kannst du dir ganz einfach einen Wunschtermin aussuchen und ich rufe dich dann zur vereinbarten Uhrzeit an. Ich freue mich auf dich und bis zur nächsten Episode. Ciao. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal.